So, heute melde ich mich mal nicht aus dem Fahrstuhl, sondern aus dem Solarium. Ich habe mir heute mal 10 Minuten Entspannung gegönnt. Warum? Die Sonne scheint schon weichen nicht mehr. Und das ist schon schön entspannt, die Wärme. Natürlich bedingt durch die wenigen Kohltrei, die man hat, ist es andauernd etwas fröstelnd. Und hier im Solarium ist das Ganze natürlich sehr angenehm, sehr entspannt. 10 Minuten, ein bisschen was fürs Gemüt getan. Und wie ihr sehen könnt, die Form passt soweit. Komplett entladen, da ist also nichts mehr drin an Kohlenhydrate. So, und jetzt geht es noch darum, abmorgen aufladen, um natürlich auch wieder entsprechend die Kohlenhydrate zu füllen. In Form bin ich komplett zufrieden. Jetzt muss nur noch das Timing stimmen für die Aufladephase. Und dann schauen wir mal, was am Samstag auf das Universum dabei rauskommt. Ich bin guter Dinge. Ich freue mich auf den Auftritt. Ich lasse etwas hören von mir. Bis bald. Personal Trainer Andreas Trienbacher aus Karlsruhe. Deine Fitness. Meine Aufgabe. Die Aufgabe. Die Aufgabe. Die Aufgabe. Die Aufgabe. Die Aufgabe. Die Aufgabe.